hallo und herzlich willkommen liebe zockerfreunde wir spielen mal wieder fut und unser gegner hat eine bvb mannschaft und du kleiner schnack hast tatsächlich auge meiang in vorn da bleibt ihnen jetzt mal das mal geschehen hallo ja ich habe ein echo ich habe ein echo ich höre mich selbst ja sorry mein Gefühl für mich gerade nicht so viel aber ich denke mal es sollte reichen es wird reichen in sich zu vernichten ja schauen wir erstmal so auf gehts alles aber du musst glaube ich deine boxen mal leise machen aber ich denke mal alles ja da kommt der schuss danke ah toll jetzt wo ich meine boxen leise gemacht habe ja das musst du sagen besser so ja ich höre ja wenigstens naja nein ich höre mich immer noch alter das kann nicht wahr sein ne 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 du kommst du nicht dran vorbei ey und wenn du jetzt baumgattlinge zerstört hast dann zerstöre ich dich und ja viele haben die, oder? ja ich finde das so geil dass Kostic jetzt zum Hamburger Sportverein gewechselt ist ja man ja man Kostic ja man ja man Kostic ja neu ah man ja man ah man ja man ja ja mit Gitarion auf der anderen Seite wo man ihn sonst eher weniger sieht oooohh super gelöst hier ich habe gedacht, ich nehme es gerade auf oder so ja, mache ich dir auch oh, mein Chichirito man muss ja wieder zeigen, dass ich dich zerstören tue wusst, wusst jetzt kommt noch mal eine ja, Krusel oh, da steht ja eine Weg oh, 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 oh jetzt vielleicht die Chance, Baumgartlinger geht mit geht mit, Ramos, Ramos aber wir wussten ja, dass er da diese Finte machen wird ja, schönes Rückpassspiel ja, Chichirito oh, oh, oh Bayern hier ganz schön im Dro... äh die Jungs hier ganz schön und dann macht Kruse da den Einfehler wir müssen ihn aufhalten wir müssen ihn aufhalten, es geht nicht es geht nicht anders ich ahne Böses ich komme echt mit der Verwarnung davor Alter, Alter hab ich noch den Ball berührt? ich habe nicht mal wirklich den Ball, glaube ich, berührt und das doch noch von hinten, ey also da habe ich ja richtig Schwein gehabt so, wir sehen, ob der gute Kneiker ist kein Flankenball jetzt mal wieder sammeln hier oh, wie glücklich oh, 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 oh Sie macht immer die gleichen Aktionen. Oh! Alter! Hast du Doppelschwein? Es war abseits, er ging daneben, aber was für eine geile Aktion hier von Bellarabi, mit dieser super Flanke. Ja. Hand, Hand, Spiel, Hand, Spiel von Bürki, der Torwart hat Hand genommen. Ja, was soll er sonst machen? Perfekt hier von Sulu. So, erstmal wieder kontrolliertes Passspiel. Ja, Rabi setzt sich durch. Ja, schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Und da ist das Ding drinnen hier, Max Super Cruiser. Soll doch mal einer sagen, wir haben hier keine Stürme. Wir haben Super Stürme, denn wir haben den Max. Den Max. Schön gemacht, vorne gesehen auch vom Hamburger Louis Holby. Auf Max in Form. Bald müssen wir wieder alle von vorne anfangen mit FIFA 17. Freust du dich schon? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Vom? 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 Ah, Bürki, Alter! gewesen. Perfekt gemacht von Sulu. Und dann wird er leider im Mittelfeld verloren. Aber Sulu ist wieder da. Sulu. Nicht der Mann von der Captainsbrücke der Enterprise. Nein, es ist Meister Sulu. Und der Bernd er hält wieder. Er hält, er hält, er hält. Er ist unser Held. Was für ein Wortspiel. Wie Chicharito manchmal immer braucht, um den Ball anzunehmen. Das ist manchmal einfach unmöglich. Was sagen wir zu den Gegnern? Ich habe dich gefragt, wie freust du dich schon wieder, bei FIFA 17 alles wieder von vorne anzufangen. Natürlich, natürlich, natürlich. So wie man sieht man hier. Die Herausforderung ist natürlich groß. So, zweite Halbzeit. Ei, 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 ei. Unser Gegner spürt schon, dass er verloren hat. Oh, da Sulu mal mit der ersten komischen Aktion. Hector, der Mann aus Frankreich. Oh mein Gott, Alter, Mann. Der Miki, Alter. Der Miki-Tarian war es, Alter, Mann. Scheiße, Mann, ey. Dann bin ich nachher nochmal mit... Ich glaube, das war Sulu sogar gewesen, Alter. Der hat einen Schritt zu viel gemacht, Alter. Baumwörtlinge. Das war der falsche Pass. Vielleicht auch nicht. Jetzt nochmal. Die Möglichkeit. Er setzt sich durch. Oh, was war das? Nein. Was? Er läuft einfach dran vorbei. Oh. Das war leider nicht genug. Alte. Ach, das pfeift er ab. Das pfeift er wieder ab, der Hurensohn, weißt du? Aber wo ich einfach hier einfach gezogen wurde und mich hingelegt habe, da sagt er, nö, ich habe nichts gesehen. Dann auch mal ein Max Kruse. Kann mal ins... Laufen sie alle dran vorbei, Alter. Ja, alles gut. Ach, Lino, Alter. Hip. Bin denn jetzt keine... an den Kopfball ran? Alter. Wir sehen ihn, wir sehen ihn, wir sehen ihn, wir sehen ihn, wie er flitzt. Kostic! Hoffe mal, dass er für Hamburg besser schießen tut, als jetzt in diesem Abend. Ei, ei, ei. Spannung hier im Volksparkstadion. Wie er abzieht, Junge. Boah. Was? Was? Das wussten wir doch. Ja, ausgeglichenes Spiel. Er versucht es hier überflanken. Matheb steht dort. Oh. Da begeben wir uns noch ein wenig tief in die eigene Hälfte. Kostic sogar auch mit zurückgegangen. Ei, 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 ei. Jetzt müssen wir einfach mal ein Wagnis tun. So wie hier. Oh, da war es wieder. Da war es wieder. Die eine Millisekunde zu spät. Ja, dann ist es wie der Chichirito. Es ist wie der Chichirito. Yeah. Für den Hamburger Sportverein. Yeah. Super gemacht. Hier sehen wir es noch mal. Zack. Ausgedreht. Und dann keine Chance für Bürki. Auch wenn er schon in die richtige Richtung springen tut. Aber gegen Chavli Hernandez. Hat er da keine Chance. Ja, Hector, Hector. Da muss auch mal ein Max Kruse nach hinten. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Bellarabi kriegt das Ding. Oh, da gibt es das Ding. Ja, aber das ist so wie der Chichirito. Der wartet dort einfach richtig geil. Und dann gibt es hier den Treffer. Wenn man einmal in Führung gegangen ist, dann muss man auch immer nachtreten. Ja. Da ist Mats Hummels ganz so gerascht hier. Da lassen sie ihn einfach alleine. Gehen zu zweit auf dem Tor, auf den Ballführenden rauf. Vergessen einfach im Mittlergrund den Chavi Hernandez. Und der hat dann natürlich leichtes Spiel mit Bürki. Der konnte nun wirklich in der Situation nichts anderes tun. Und ja, 84. Minute. Hier ist das Ding wohl so gut wie ausgeglichen. Also das war es jetzt hier nochmal. Oben gibt es nochmal die Möglichkeit. Kopfball. Oh, Bellarabi geht auch nochmal zum Kopfball. Aber das Ding ist jetzt hier gegessen. Vielleicht auch noch nicht. Hier Kostic. Oh, Kostic geht nicht zum Ball hin. Meine Güte, nochmal. So, was kommt jetzt hier nochmal von den Jungs vom BVB? Shinji. Shinji weiß noch nicht so wirklich. Ja. Da stand er im Abseits. Der Ramos. Der Ramos à la Blaya. Knapp eine Minute reguläre Spielzeit. Oh. Oh, schön gemacht. Der Sulo. Schönes Ding. Schönes Ding hier im Volksparkstadion. Ein schöner Sieg gegen den BVB. Und so lässt sich das auch vielleicht noch zum Bundesliga-Start bringen. Und ich bedanke mich bei meinem Gegner und sage Dankeschön für's Zuschauen. Und nicht vergessen, der Daumen nach oben. Er wird dich loben. Bis dahin, liebe Zockerfreunde. Und haut rein. Bis dahin, liebe Zockerfreunde. 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 Bis dahin, liebe Zockerfreunde.